Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 24. April 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 810 und heute hoffentlich mal um 4 Uhr. WordPress wollte die Folge gestern nicht ausspielen und ich bin erst am Nachmittag wieder im Büro gewesen. Entschuldigt vielmals für die Verspätung. Die heutigen Themen sind Zoom, Patch, Outlook, Apple Music und Pixelmator. Ich beginne mit Zoom, das Online-Video-Tool-Konferenz, Video-Lösungstool, das im letzten Dezember knapp 10 Millionen aktive User hatte. Pro Tag ist aktuell gestiegen per Anfang April auf 200 Millionen und jetzt liegt man schon bei 300 Millionen täglich aktiven Nutzen. Das ist natürlich ein höherer Flug und da gibt es auch einiges an Sicherheitsproblemen und Möglichkeiten und Pannen etc., die begangen wurden. Doch in dieser Woche soll sich alles bessern, denn die Version 5.0 kommt noch auf den Markt. Wir dürfen gespannt sein, ob sich da nicht neue Felder auftun. Ich drücke den jungen Herren und Damen mal die Daumen. Ansonsten gibt es ja zum Glück auch Alternativen. Zumindest für fast alles. Dann gibt es eine Sicherheitslücke, die in iOS entdeckt wurde, die das iPhone wie das iPad betrifft und die auf die Mail-App abzielt. Die ist anscheinend schon ziemlich älter und wird in der aktuellen 13.4.5 Beta schon gefixt sein oder ist da gefixt. Das heisst, wir dürfen alle warten, bis dann die finale Version dazu rauskommt und dann schnellstmöglich updaten, weil unfreundliche Menschen können da Unfug treiben damit. Weiter geht es mit einem Mail-Programm, nämlich Outlook. Die haben ein bisschen Werbung eingeblättet. Ich mag mich erinnern, als Microsoft den Edge-Browser auf Chromium-Basis rausgebracht hat und doch ein paar Leute sich das Ganze angeschaut haben, hat Google gleich reagiert und in den Google-Diensten den Chrome-Browser beworben als den besseren Browser. Und das macht jetzt Microsoft ähnlich, denn in Outlook drin gibt es jetzt Werbung, wo steht, dass Microsoft Edge und Outlook besser zusammenarbeiten können. Und noch ein paar andere solche Sprüche stehen da drin. Ja, ich nutze ihn gerne unter Windows, neben dem Opera logischerweise, wie auf dem Mac auch. Genau, dann Samsung, die haben gestern begonnen mit einem Update auszurollen für Smart-TVs. Nicht alle, aber zumindest die ab dem Jahre 2018, 2019, 2020, die bekommen jetzt zum Nachinstallieren Apple Music. Wer also möchte nach Apple, was haben wir da schon drauf, TV und Airplay 2 kommt jetzt eben auch die Musikgeschichte darauf. Wer ein passendes Gerät hat, sollte es sich auf jeden Fall installieren, sofern er es dann nutzt. Pixelmator für iOS hat ein grösseres Update bekommen. Was da vor allem mit drin ist, ist der neue Dateibrowser, wo man schon vorab die Bilder anschauen kann. Finde ich praktisch. Wer es nutzt, sollte sich die Version unbedingt runterladen. Das war es dann auch schon mit der Neuigkeit, die ich heute für euch am Freitag hatte. Die Woche ist rum, für diejenigen, die es verpasst haben, unsere Jubiläumsfolge 808. Hört nochmals rein, wir haben einen kleinen Wettbewerb, wo es auch das eine oder andere Gadgets zu gewinnen gibt. Und ja, ich würde sagen, euch ein tolles Wochenende für diejenigen, die arbeiten müssen, aber genauso für diejenigen, die frei haben und Homeschooling und Stay Home sowieso und all das drumherum. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.